Was war so los bei The Forest? Boah, was? Was? Mit dem Haarspray? Der kommt her, hier scheiß wie ich ja! Boah, der ist ja richtig gut! Toll, was macht meiner? Facken sich aber selbst an. Ach, da ist er ja! Mit der Knie! Na? Irgendwie hab ich da lachen. Ah, First Responder, ich hab eine Errungenschaft geredet, jawoll! Kann nur besser werden. Und so geht es weiter bei The Forest. Hey Leute, willkommen zurück zu The Forest mit Jordan. Ja, in der letzten Folge haben wir ja viel an unserem Lager rumgebaut und gemacht. Jetzt schauen wir mal, was wir in der Folge so treiben. Ein bisschen weiter bauen wir schon noch, aber mal gucken, was uns erwartet. So, ah ja. Ach, je mehr wir hier was in unsere Base bauen und je mehr Licht wir hier hin machen und so, desto mehr locken wir die Viecher an. Klasse! Ah, sehr gut Junge, sehr gut. Sehr gut. Es ist Fellen auf höchstem Niveau. Auf jeden Fall. So, jetzt geh ich mal um mich auf den Weg schnell, jetzt wo Tag ist und Homo das äh, unser Karre wieder. Ist ja nicht so weit. Wir sehen uns gleich, Noob. Okay. Ist hier ein Höhleneingang? Ah, heh. Was, du hast ein Höh... Was? Ne, oder? Was? Hier! Hier zu einem Spalt! Das gibt's gar nicht. Sehr gut. Neuer Eintrag in der To-Do-Liste. Was sagt der? Gucken nach. B. Da. Erkundehöhle der Anwälte. Der Anwälte? Der Anwälte. Oh je, ist das... Der Anwälte. Oh je. Oh! Oh Gott, Alter! Junge, hab ich mich erschrocken. Da ist irgendwas angeflogen. Boah! Was machst du denn wieder? Junge, leck mich am Arsch, ey. Boah! Ich glaub das war ne Fledermaus oder so. Oh, ne Fledermaus. Boah! Meine Herren! Ich muss erst mal pissen. Geht mich um da wieder. Ich komm zu dir in der Nähe, damit ich nicht sterbe. Vor allem, ich guck da grad so. Dann seh ich so ne Lücke in diesen Steindingen. Ich dachte, nein, das kann jetzt nicht sein, dass genau hier so ne Höhle ist. Aber genau da kann man reingehen. Ich drück eh, dann quetscht er sich da durch. Der fette. Junge, dieser Typ. Boah, ich bin mir erschrocken gerade, ey. Meine Fresse. Ich steh hier mal ins Flugzeug. So, bis gleich. Du hast Durst. Viele Wasser. Ah, vom Pinkeln zurück, ja. Sehr gut. Ja, bin ich. Hallo. Hallo. Oh, danke fürs Bein. Gerne. Junge! Junge! Ah, das war lecker. Komm. Ah! Wie was ausweicht. So. Hast du die Höhle jetzt gesehen? Nein, nein, noch nicht. Ah, gut. Ah, sehr gut. Oh, das war wohl nicht so gut. So. Ist hier noch irgendwo, wo ich meine Stöcker rein tun kann? Ah, hier. Hast du gerade gewittert? Komm mal mit. Ja, hat's. Wo bist du denn? Ah. Höhle nachkundung. Höhle nachkundung. Warte, er muss wieder schnaufen. Ah, da oben stehen ja wieder zwei. Da. Da. Hier bin ich so lang gegangen und dann habe ich diese Lücke da gesehen. Tatsache, was für kleine Lücken. Neuer Eintrag. Ach, guck mal, jetzt hat er bei mir Arscher gekrutzelt. So, dann gehen wir mal ins Unbekannte. Hallo. Traust du dir das zu? Oh. Eine Höhle. Damit hatte ich das echt nicht gerechnet. Ich bin gespannt, was hier drin ist. Oh. Das meinte ich eben. Was? Was war das? Ich weiß es nicht. Ach du Kacke. What the fuck? Aha, da hat ja auch schon mal einer sein Glück versucht. Hier hängt Zähne. Was? Bah. Ihhh. Passagier gefunden. Ehrlich? Nein. Das wäre es jetzt. Jugo, überleg dir mal. Äh, das war. Hier, ich pass rüber. Was? Was ist das? Bah. Ihhh. Bah. Ja. So, erstmal ein paar Molotows machen. Ach du Kacke. Sehr gut, da haben wir wohl ein Lager von ihm gefunden. Das ist ja perfekto. Ja. Äh. Zack. Nein, nein, nicht runterfalle. Ach du Schall. Ich habe mir so eine Lusche. Irgendwas machst du dann wieder? Gib mir Vorderschutz. Was? Ich habe mir die angekrocht kommen da hin. Hier, deswegen. Ich gehe lieber wieder hoch. Junge, was ist dann? Komm, ab, runter mit dir. Das hast du jetzt runtergeschmissen? Ja. Da war ich Fackel. Zieh dich direkt da unten. Na ja, dann probiere ich auch mal ein Schöner Molotow aus. Anziehen den. Und Feuer frei. Oh! Scheiße! Oh! Scheiße! Oh! Oh! Ja, lach nur, lach nur. Junge. Oh, wo sind die? Ah, hier. Junge, auf einmal falle ich da runter. Ist der lebenswüde oder was? Ach du Kacke, Mann. Boah, gottes Willen, ey. Da sind wir hier wieder gelandet. Aber man springt da einfach runter. Hahaha. Okay, hier ist aktuell noch gar nichts, aber ich glaube nicht, dass bei den... Ah, toll. Gar nichts bleibt. So viel zum Thema, ne? Irgendwie Taschenlampe muss es ja auch geben, ne? Komm, dass es hier ständig runter geht und man nicht weiß, wohin es geht. Das macht nichts. Ja, du machst das. Ach, das sind Fische? Ich dachte gerade schon, das sind tausende von der Kleine und dann ihre Babys. Hahaha. Aber es geht diesmal die Wege nicht so weit runter wie bei den anderen Höhlen, ne? Ja, das ist sehr angenehm. Neues Tier entdeckt, ja stimmt. Fische haben wir noch nicht gesehen, das ist korrekt. Also ich zumindest und schon nicht. So. Was denn? Oh. Zack. Die Viecher sind ja viel stärker, als das Spiel rauskam, glaube ich. Also war es deutlich einfach diese Killer. Vor allem hat die ja noch länger beobachtet dann. Die haben nicht gleich angegriffen. Oh, was ist das? Oh. Oh. Ach du Scheiße. Guck mal was da hinten los ist. Junge, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Die kommen alle. Die kommen alle. Nimm Molotow, nimm Molotow. Oh. Nimm es in die Hand. Nimm es in die Hand. Nein. Nein, nein. Schneller. Steckt es doch an. Jawohl, guck dir es an. So macht das ja Profis. Sehr gut. Hast du gesehen, wie das geht? Es ist nichts geworfen, du Lusche. Bäh. 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 Junge, wie du da wirst. Die ekelhaften Viecher hier, diese Babys. Bäh. Oh. Junge, wo sind wir hier gelandet? Ich glaube, in dem Hauptlager von denen. Junge, was haben wir hier gefunden? Bäh. Wann hast du alle? Ich glaube noch nicht ganz. Ah, das ist doch so ein Baby von denen. Wie die aussehen, ne? Aha. Passagier gefunden. Ja. Ich habe auch Passagier 8a oder so. Oh, Armbanduhr. Zack. Brauchern. 8a, 8d, 6c. Oh, Achtung. Gib ihm richtig, Junge. So. Wie viel Geld hier liegt? Das glaube ich. Die kannst du nicht gebrauchen. Und ich denke, passiere, wenn du ein bisschen was innen gesteckt hast. So. Ich hoffe, wir finden einen Kiosk, wo ich das ausgeben kann. Ja. Ich hätte erst mal vor. Boah. Alter, wie tief geht das da runter? Junge, leck mich am Arsch. Alter, wir brauchen dringend ein Tauchgerät. Guck mal bitte dahin. Wie tief das runter geht. Geh mal da rein. Ich dachte, das wäre ein angenehmer Pool. Ich sehe es. Aber das sieht man jetzt schon, dass das weit runter geht. Was ist denn? Da habe ich viel Kohle hier auch. Junge. Ich werde reich. Damit kannst du aber auch irgendwas machen. Ich weiß aber nicht was. Grill anzünden. Mehr geht glaube ich nicht, oder? Sicher. Ich meine... Ah, ist er umgezogen? Ah, schön in dem T-Shirt. Klasse, Junge. Das ist auf jeden Fall hier große Höhle. Okay, da haben wir wieder ein paar Passagiere gefunden. Das ist das sehr schön. Da fühle ich mich nicht ganz so schlecht. Höhle der Anwälte. Tatsache. Das war dann sehr tolle Passagierliste. Sind das Herzen oder Gehirne? Das sind Herzen hier, oder? Herzen? Boah. Ja, Mann. Was ist das? Das ist doch... Ist das ein Leber oder so? Ich bin da nicht so gut drin. Ich auch nicht. Das interessiert mich ja ehrlich gesagt überhaupt nicht genauer. Eine entspannte Bank. Ja. Hauptsache hier eine Bank hingebaut. Mach dir gemütlich, mein Freund. Gehen wir mal hier lang. Ah, hier müssen wir was sprengen, oder nicht? Das sieht so aus, als müssen wir was sprengen. Tja. Wir haben leider keine Dynamite. Dann gehen wir mal hier weiter. Grundlagen, was hat er jetzt wieder aktualisiert? Oh, hier. Essenssuche, oder was? Ja, gut. Das wusste man ja früher. Was denn? Ah, ja, wohl. Und Dynamite aufgesammelt. Ah, hier geht's auch noch weiter. Sehr gut. Oh, hier rankt sich die Dynamite. Oh, hier rankt sich die Dynamite. Oh, ist sehr gut. Ist reichlich, äh, reichlich Koffer noch. Komm mal hier hin. Wie kannst du noch ein paar Klotten mitnehmen? Ja. Teser, Klamotten, Snacks. Sehr gut. Halt's her damit. Guter Stoff hier. Was ist hier? Hier geht's irgendwo hoch. Dann lass erstmal aber da hinten gucken, mit dem Dynamite, ob das geht. Wahrscheinlich ist hier dann schon der Ausgang. Was ist hier oben? Könnte sein. Ah, Stocken. Da wirf mal Dynamite und zeig mir, was du kannst. Gib mir Mühe. Wo ist hin? Hä? 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 Hä, was war das denn? Hast du das einfach verschont? Hast du das gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Jetzt hat's sich irgendwo runtergeworfen und... Hä? Passiert nix. Ich glaube, das ist doch nicht so wie gedacht. Warte mal. Nee, passiert nix. Außer Trönen im Ohr passiert hier gar nix. Du. Hä? Das muss doch hier... Das sieht aber so aus, oder nicht? Ja, das sieht zwar aus, aber schon passiert und einfach nix. Was ist denn, wenn man da oben hoch geht? Hast du da schon irgendwie mal geguckt? Nee. Sonst ist hier doch nix mehr, oder? Nee. Also ich hab hier grad geguckt. Hier ist keine irgendwo noch... Kein anderer Durchgang noch. Ja gut, immer ein paar Passagiere haben wir gefunden. Sehr schön. Ist doch schon mal was. Jo. Der W ist nur 43, nicht so wie das Spiel rauskam. Über 100. Ja gut, wenn du sagst, dass man die alle in einem Raum gefunden hat. Also viele in einem Raum gefunden hat. Einige, ja. Ja. Fast die Helf bestimmt. Na. Gehen wir mal hier hoch und sehen, was uns hier noch erwartet. Ah, Freunde. Oh Gott. Was denn? Junge, haben die mich ja schon hinter den Spinner. Ah. Wie kommen die plötzlich her? Was hast du wieder gemacht? Gar nix, Junge. Nerv mich nicht. Naja, richtig gar nix. Ah. Ah. Oh. Oh. Oh Gott. Huh. Ah. Iiii. Warum hängt hier... Ah. 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 Was haben wir hier gefunden? Ah. Was ist das denn? Ah. Ah. Da bin ich wohl los. Ich fack jetzt runterwerfen. Ah. Ah. Was ist das? Da bewegt sich doch alles oder nicht? Ah. 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 Das will sich doch alles. Ah. Scheiße, wenn wir auf Kämpfer runtergehen. Doch, 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 doch. Ja, wir können da geh du vor. Wie du los. Ah. 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 wartete und er lassen warten er kann doch eh nix gucken wir mal an der ist auch ganz hilflos wie er da einer wand hängt ja junge ich hab leider kein motto frage ich komme jederzeit mache ich idioten da sind ja erst eine wand hin guck mal wie viele von diesen vierern aber auch ja ich hab's gesehen kombinieren ohne anzünden geschwissen klasse quelle ich werde die passagiere verbrennen oder warum man das da ist ich glaube nicht dass es jetzt so krass richtig ist oder das war nicht so lange wandern ich kotze alter ja komm ja geh du mal vor du machst das das ist verlockend herunter zu gehen ich mache erst mal was wichtig ist klasse junge das macht nicht ganz verrückt das licht ja wie der qualifiert du bist du hast hunger das ist natürlich ein super zeitpunkt jetzt willst du ein feuer machen ja mach mal feuer dieses schlau buch über die adlektüre auspacken ja hier wird der geld angezeigt soll man nicht verbrennen ja ich habe erst das schein verbrannt scheiße ja super mal nichts hat dann bringt es jetzt auch wiederum an zu viel mitte in der wege ist vorher gemacht das ist ja gut schmeißen was drauf junge klasse sehr gut dann mach mir hier eine kurze rastpause und dann trauen wir es in der nächsten folge da runter zu gehen ich hoffe ihr seid dabei und dann mal schauen was ist da unten erwartet bis zur nächsten folge